Fischfutter und Fischgesundheit Teil 3 Futter und Fischarten Ist ein Guppifutter oder ein Diskusfutter notwendig? Unsere Aquarien haben mehrere Fischarten. Dürfen die Korridores nicht das Futter von den Neonsalmen anfassen? Oder die Skalaren nicht das Futter von den Ancistrus? Oder die Ancistrus, nicht das Futter von Clownfischen? Ich werde das heute besprechen. Aber erstens mal ein Studium. Studien gemacht auf Guppis in Trinidad, Wildfangguppis. Und was interessant ist, dass die Fische eine Adaption haben, am Diät abhängig von Saison- und Stromgebiet. Wenn die etwas mehr grünes Futter bekommen, haben die einen langen Darm. Hier sehen wir das, an der linken Seite, wie lange der Darm ist. Und hier an der rechten Seite, wie viel das Menü oder das Diät von den Fischen an Infertebraten behalten. Mit mehr Infertebraten, weniger Infertebraten. und tierliche Produkte. Und hier sehen wir verschiedene Guppis auf verschiedenen Regionen, verschiedenen Strömgebieten. Und dann sehen wir hier, dass die Guppi-Arten, alle die ähnliche Guppi-Variante, abhängig von trockenen Saison und Nase-Saison, Hochwasser, Niedrigwasser, dass die Diät sich ändern kann. Und dass auch die Länge von dem Darm ändern kann. Und auch, was die am Futter aufnehmen oder anfassen. Und hier sehen wir, dass in bestimmten Säsonen, dass die weniger tierliche Nahrung aufnehmen und hier viel mehr. Und dann wird hier vielleicht mehr grüne Nahrung aufgenommen. Das ist das Beispiel, dass die Guppis eine sehr große Adaption haben in der Natur, an das Diät, das sie bekommen. Die gleiche Studie kann man sehen in einer Mylosoma-Art, einer Handfischart aus Südamerika, wo die eine Adaption haben in der Saison. Hier sehen wir die Menge, am linken Seite, die Länge von verschiedenen Futter-Sorten oder wie kann man sagen, Nahrungsstoffen, die bekommen in der Natur. Wir können die beste Vergleichen hier in der Hochwassersaison und hier in der niedrigen Wassersaison. Die weiße hier ist das pflanzliche Material und das schwarze sind Früchte und Samen. Und sehen wir, in der Hochwassersaison fressen die da sehr viel davon. Und hier sehen wir in der niedrigen Saison, dass die weniger Früchte und Samen essen und viel mehr Pflanzensmaterial und sicher hier Zohoplankton. Das ist das Zohoplankton in der niedrigen Saison. Es ist mehr vorhanden und hier weniger. Zum Beispiel, ein Beispiel, dass wir hier eine Änderung in das Diät antreffen, womit die Dieren sich angewöhnen an das Saison. Die haben eine Flexibilität an Adaption. Eine Studie, die auch gemacht worden ist, über Discusfische in der Natur. Auch das gleiche an Adaption, von der niedrigen Wassersaison oder der Hochwassersaison. In Gelb werde ich die Zahlen zeigen von der Hochwassersaison. In der normalen niedrigen Wassersaison gibt es 50-70% die Discusfische, Abfallprodukte, Gemüseprodukte, Blüten, Früchten, Samen und Blätter. Das ist die Hauptsache von das Diät oder die Nahrungsstoffe, die die Discus in der Natur bekommen. Und es ändert sich nicht sehr, sehr viel in der Saison. Aber was sich ändert hier, sind zum Beispiel weniger Alge und Mikroalge in der Hochwassersaison. Und besonders, was wichtig ist, dass weniger wirbellose Tiere zum Essen sind, Würmer, in der Hochwassersaison und mehr in der niedrigen Wassersaison. Aber dann essen die zum Beispiel mehr in der Hochwassersaison, etwas mehr oder viel mehr Arthropoden, wie Insekten und Krebsdieren, die am Boden oder in die Pflanzen oder Baume leben. Und in der niedrigen Wassersaison fressen die viel weniger von die Arthropoden oder Insekten. Dann sehen wir, dass die Discusfische eigentlich eine riesige Adaption haben von den Nahrungsstoffen, was auf die zukommt. Die sind gezwungen zu nehmen, was auf die zukommt. Und andere Studien, hier über Acanturus, Meeresfische, dass die bestimmten Arten sich notwendig Nahrung bekommen von braunen oder grünen oder roten Algen. Abhängig, wo die leben und welche Korallen für die leben und welche Fischarten. Und dann sehen wir, dass das unterschiedlich bei einem Bahianus oder Acaturs und das sich ändert, abhängig wo die leben und dass sie sich angewöhnen, andere Algen zu suchen. Darum auch unsere Basler Biofischfood haben wir immer die Meinung gehabt, wir müssen Produkte aus der Natur erholen. 100% Naturloch und eine ausgewogene Mischung von Inhaltsstoffen für die Gesundheit und Wachstum. Und das Hauptsächliche, was darin ist, sind Skandinavisches Meeres, Wildfische, Grill, Algen, Getreide, Gemüse, Vitamine, Spurenelemente und Mineralen. Und unser Futter ist geeignet für Süßwasser und Meeresfische. Und warum Granulatfutter? Ja, Granulatfutter enthält mehr Qualität als Flockenfutter. Granulatfutter hat mehrere Körnungen und ist damit geeignet für fast alle Fische in aller Wasserzone des Aquariums. Wir haben Probiotica, Präbiotica, Phytobiotica frisch gegotet nach der Produktion von Granulat. Darüber werde ich mehr erzählen in den nächsten Videos. Die Aquaculture verwendet nur Granulatfutter, da es garantiert frei ist von Mikroben. Es gibt nichts Besseres. Granulatfutter ist für alle Fischarten und gibt auch weniger Wettkampf. Das sehen wir hier eine Mischung von Regenbogsalmen und Clownprachtschmerle, Boce Macracanta. Die sehen wir, die können alles an das Futter kommen, da die Körnung und die Granulat nach unten sinkt. Und es ist fast für alle Fischarten geeignet. Hier sieht es ein Aquarium mit lebendgebirten und Salmler und algendefressende Krossechailus. Kein Problem, dass wir unsere Biefschwütter vernäheren. Ein Beispiel von Problemen, das ich in Zukunft besprechen werde, sind Schickliden mit Aufblähungen und meistens ist das ein Nahrungsproblem und mit sekundären bakteriellen oder Spironiculus parasitären Infektionen. Dafür haben wir für Vorbeugung Dr. Basley Biefschwütter Palapacho oder Green oder Garlic oder Grippfruzitextrakt und Moringa. Das werde ich in Zukunft noch etwas erzählen. Naja, unsere Biefschwütter enthält Probiotika. Das wird, ich finde, sehr wichtig in unserer Nahrung, dass wir ein gutes Mikrobiop pflegen ins Darm. Und wir haben so viele verschiedene Arten mit Immunostimulantia, Algen, Lauch, Aloe, Herbal. Ich will alles nicht im Detail besprechen. Das mache ich noch in den nächsten Videos. Grün für die grüne Esser kann man sagen, die Meeresfische oder Loricaridae, Matrine gegen Parasitenbefall, Lapacho, Fugo gegen Bakterielle Befall, das ist ein ganz neues, Kavaar für die heikele Fische, Professional und Karnelefutter und mehr Info in folgende Videos. Wir haben für Sie als Aquariander kostenlose Proben zur Verfügung. Fragen Sie Ihr Sofageschäft. Und Fischgesundheit? Ja, das ist Ihre Auswahl als Aquarianer, welches gute Futter Sie an Ihre Fische geben wollen. Wir sind verantwortlich. Ich bedanke mich.